Das ist nicht mein Spruch, sondern der von Didi, deshalb verwende ich den auch nicht unbedingt, aber hier für dieses Video und für dieses Startup gilt das ganz besonders, wie ich finde. Ja, wir reden hier von Quantfury. Quantfury wird gross, Quantfury geht richtig ans eingemachte. Quantfury ist jetzt seit zwei Jahren, über zwei Jahren, fast drei Jahre wahrscheinlich im Hintergrund am Werken, hat zwar die Trading App, die sehr gut läuft, die auch eben ganz ohne Gebühren auskommt, wie bei Robin Hood auch und die haben richtig was im Hintergrund gemacht und da gibt es einige Sachen, die noch auf uns zukommen. Macht sehr viel Spass, wenn man da von Anfang an dabei gewesen ist, wie ich, und daran geglaubt hat, dass die was werden und ja, es ist wirklich eine erfreuliche Sache und ich habe auch zwei, drei Tage gewartet nach den News, die ich bekommen habe, die die meisten bekommen haben, die in der Community sind, weil ich ein bisschen euphorisch war und das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich mache kein Video, wenn ich euphorisch bin, das ist meistens nicht so eine gute Sache. Das hat mich 2017 gelehrt und deshalb wollte ich das ganze sacken lassen, ein paar mal darüber schlafen, was ich sonst eigentlich auch nicht mache. Ich bin einer, der sehr schnell entscheidet und nicht lange um den heissen Brei herum denke oder mache und ja, da habe ich doch gedacht, Moment, jetzt musst du ein bisschen runterkommen und ja, jetzt kommen die News von mir. Ein paar Spekulationen noch dazu von mir, weil alles ist mir auch nicht bekannt. Ich stehe zwar direkt mit dem Team in Kontakt, aber auch ich bekomme nicht alles direkt eins zu eins erzählt über, vor allem nicht bevor es offiziell ist, da sind sie extrem strikte drauf und ja, das ist wirklich richtig cool, muss ich sagen, ja. Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Patrick. Lange Einleitung und jetzt kommt endlich mal der Name, aber ich denke, ihr kennt mich ja langsam. Ja, Quant Fury, ganz wichtig, ich will hier keinen Hype schüren, ganz wichtig, bevor ich anfange, das ist keine Anlageberatung, was ich hier mache und Quant Fury ist nach wie vor ein Startup, hat zwar eine offizielle Broker-Lizenz erhalten, ich weiss noch nicht genau wo, in welchem Land, was das alles beinhaltet, ich weiss nur, dass sie die Trading Power ziemlich erhöht haben und das heisst eigentlich schon, dass sie eben jetzt stärker reguliert sind und das ermöglicht natürlich neue Felder, mehr Kunden, mehr Möglichkeiten auch für Quant Fury selbst. Quant Fury hat ja den Token QTF, den haben sie sehr stark unter dem Deckel gehalten. Sie wollten auch nie, dass darum irgendwas ein Hype gemacht wird, auch nicht, dass der auf Uniswap oder auf irgendeiner Exchange gelauncht wird, das wollten sie einfach nicht, weil sie wollten zuerst im Hintergrund alles bereit haben, haben sie aber nie so gesagt, sie haben immer gesagt, das machen wir nicht, das wollen wir nicht, das machen die anderen, wir brauchen das nicht. Aber die Early Investoren, die dabei gewesen sind, die daran geglaubt haben, die damals die Token gekauft hatten, das war eigentlich offiziell, aber sie haben nie gross Werbung gemacht, die haben jeden Monat schöne Dividenden erhalten und das machen sie jetzt alles auf. Und das zeige ich euch auch, was das eigentlich bedeutet. Doch zuerst zeige ich euch noch, was es jetzt Neues gibt in der App, es sind zwei, drei Sachen, die neu sind, es werden noch andere coole Sachen kommen, also auch ein Referral-Programm, allerdings ein gutes Referral-Programm, also kein Multilevel-Gedöns oder sowas, es ist einfach nur Freunde, wir haben Freunde, beide haben was davon und das ist einmalig und das war es dann auch. Und das ist wirklich, finde ich, noch eine gute Sache, anstatt eben gross Marketing zu machen mit Firmen, die darauf spezialisiert sind, sagt man einfach, wenn die Leute zufrieden sind mit einem Produkt, empfehlen sie es weiter und beide haben dann was davon. Und ja, das Erfolgsrezept kennen wir von Tesla, kennen wir von Amazon, kennen wir von anderen grösseren Firmen, von jungen Startups, also ja, das ist eigentlich mehr oder weniger fast schon Standard heute. Die Neuerungen in der Trading App, ich schiele da ein bisschen zur Seite, damit ich nichts vergesse. Also die Trading Power kann man in ein paar mehr Stufen haben, man kann bis 500.000 Dollar Trading Power haben. Wichtig, die Trading Power ist kein Hebel. Das ist nicht dasselbe, weil die Trading Power ist immer konstant, solange die hinterlegte Sicherheit in der entsprechenden Währung, das findet ihr alles auf der Webseite, ist jetzt auch alles auf Deutsch, ich habe da das meiste eigentlich übersetzt. Also bitte seid ein bisschen nachsichtig, ich bin nicht deutscher Muttersprache, also hochdeutscher Muttersprache, aber ich habe eben technisches Verständnis und ich denke, das ist das, was eben fast mehr braucht, weil sehr viel technisches Know-how dafür notwendig ist und das Deutsche habe ich so gut wie es geht eigentlich übersetzt. Die Amerikaner haben zum Teil oder Kanäle haben zum Teil ein bisschen lange Sätze und ja, das habe ich dann auch versucht ein bisschen zu kürzen, weil wir haben ja lieber kürzere Sätze und nicht so verschachtelte Dinger, ist natürlich dann ein bisschen aufwendig, aber ja, ist ja egal. Auf jeden Fall eben einiges ist hier von mir übersetzt auch und ich helfe dann dem Team, wo es geht. Wie gesagt, Trading Power ist nicht Hebel, kann man zwar so sehen, stimmt aber nicht, weil eben die Trading Power immer konstant ist bis zum letzten Cent, wenn man jetzt im Verlust ist und die Sicherheit, die man selber gebracht hat, nicht mehr gewährleistet ist, dann werden alle Trades automatisch geschlossen und man muss das Konto neu aufladen. Es gibt keine Nachschusspflicht, also alles solche Dinge, die man sonst so kennt, gibt es nicht. Wie gesagt, auch absolut keine Gebühren. Ihr könnt jeden Trade 365 Tage offen halten. Ihr könnt entsprechend, bekommt ihr Dividenden von den Aktien zum Dividendentag. Wenn ihr Long seid, wenn ihr Short seid, bezahlt ihr die Dividenden. Das ist eigentlich auch gang und gäbe. Das gehört eigentlich auch dazu. Und ja, neu ist eben dann auch, nee, das sagen wir nachher. Ich bin schon wieder am reinquatschen hier. Dann haben wir TrueUSD und USDC, wo man hinterlegen kann. Dann soll bald auch möglich sein, dass man eben in Fiat auszahlen kann. Es soll dann möglich sein, auf die Kreditkarte auszuzahlen. Es soll ein Fiat Gateway. Dann dazu kommen ein Referralprogramm, wo man eben Freunde werben kann, wo man Aktien- oder das bringt nichts, wenn man jetzt einfach alle Freunde wirbt, sagt, hey, installiert euch die App und dann meldet euch mir über meinen Code an, meinen Referralcode und dann bekommen wir beide was. Nein, der, der dann entsprechend das macht, das Konto eröffnet, der muss auch was einzahlen. Das muss mindestens 30 Tage dann dort sein. Also nicht einfach schnell Konto eröffnen und absahnen. Das wird leider auch viel gemacht. Sonst, also da haben sie schon geschaut, dass das auch sauber dann für wirklich die, die es ernst meinen, eben auch entsprechend gemacht wird. Wir schauen uns ganz kurz die App an. Ich schalte dazu rüber hier. Das ist die App. Wichtig hier, es gibt einige, die natürlich sagen, ja, auf dem Handy traden ist irgendwie nicht so lustig. Gibt es da keine Desktop-Lösung. Doch, die wird kommen in ein paar Monaten. Das soll ziemlich was anderes werden, als es bis heute gibt. Das ist typisch Quantfury. Sie wollen keinen Standard. Sie wollen nicht das machen, was alle machen. Sie wollen es besser machen und sie wollen vor allem, dass der Kunde den grössten Nutzen hat. Nicht nur Quantfury, also nicht nur der Betreiber, wie es halt bei den meisten anderen der Fall ist, sondern deshalb haben sie auch keine Gebühren. Man kann nämlich sehr gutes Geld verdienen, ohne dass man den Kunden grosse Gebühren aufdrängen muss oder überhaupt Gebühren aufdrängen muss. Und das hat Quantfury bewiesen. Quantfury hat zwar einen eigenen Token, der mittlerweile auf Uniswap handelbar ist. Die Liquidität dafür hat Quantfury bereitgestellt. Quantfury verkauft aber keinen einzigen Token in diesem Sinn, weil sie das einfach nicht müssen, weil sie genug verdienen, ohne dass sie irgendwie den Token auf ihre Community dumpen oder auf ihre Tokenhalter. Das haben sie nicht nötig und das haben sie auch über zwei Jahre jetzt bewiesen. Eben hier in der App könnt ihr ganz normal, ihr könnt Aktien, ihr könnt Commodities, ihr könnt Krypto, ihr könnt alles mögliche hier handeln, was da eben zur Verfügung ist. Ihr habt auf meinem YouTube-Kanal einige Videos dazu. Es soll jetzt hier nicht im Detail darum gehen. Ich zeige euch kurz noch die Abstufung von den Trading Power, die man hier bekommen kann. Hier haben wir die Abstufung. Abstufung, wichtig, ihr seht immer, es ist das 20-fache von dem, was ihr hinterlegt. Ihr könnt dann mit dem 20-fachen reden. Das ist das, was die meisten Leute unter einem Hebel verstehen. Nur eben, wie gesagt, diese Trading Power bleibt immer konstant. Auch wenn ihr jetzt hier 500 Dollar einzahlt und ihr im Verlust seid und vielleicht nur noch 100 Dollar als Garantie hinterlegt habt, habt ihr immer noch für 10.000 Dollar die Trading Trading Power. Wenn ihr dann aber auf 0 geht, weil ihr zu viel im Minus seid, wird alles automatisch geschlossen, wie gesagt, ohne Nachschusspflicht. Dann haben wir eben hier ganz rechts bis zu 500.000 Dollar. Das ist eben auch, weil sie jetzt reguliert sind, also besser, stärker reguliert sind. Es wird auch ein möglichst leichtes, aber es braucht es halt nun mal KYC und AML geben, also Know Your Customer mit Ausweis und Adresse zum Beispiel Nachweis. Und dann wird es auch ein AML geben, also ein Nachweis, woher ihr eigentlich die Funds habt, also das Geld, womit ihr tradet, je nach Höhe natürlich, kommt darauf an. Gibt es ja überall Grenzen, aber es ist eigentlich überall so. Das ist nicht nur hier bei Quantfury so der Fall. Und da muss man dann einfach quasi sagen, ja, Lohn, Ausweis, Hochraten und so weiter. Kommt aber natürlich, wie gesagt, auf die Größe drauf an. Und eben, wie gesagt, hier kommt dann entsprechend noch ein Referralprogramm dazu, wo ihr in der App dann entsprechende Leute einladen könnt und dann beide habt, habt ihr was davon. Ich weiss, das klingt immer ein bisschen, ja, so typisch Marketing halt. Ja, ehrlich ist Trading für jeden. Ja, ja, klar, logisch. Was denn sonst? Und, ähm, aber wie gesagt, ich kenne jetzt die Jungs schon über zwei, sind glaube ich jetzt auch Frauen dabei, sorry, wenn ich das, also Jungs und Mädels, ja, Frauen und Männer, ähm, sind dabei. Und wenn ihr ein bisschen verfolgt, was die machen, wie streng die auch in der Community, in Telegram-Gruppe sind, das kann man nehmen, wie man will. Für mich ist es manchmal ein bisschen zu streng, wie sie dort gewisse Fragen behandeln und darauf reagieren. Besonders der CEO, der Lev, der ist so ein bisschen, hat so eine Eigenart, die muss man, kann man mögen, muss man aber nicht. Aber wichtig für mich ist einfach, dass sie sehr, sehr ehrlich sind und dass sie wirklich darauf Acht geben, dass die Kunden eben nicht abgezockt werden, dass es fair ist, vor allem für die Kunden und sie haben damit bewiesen, dass sie dadurch eben auch gewinnen, dass alle gewinnen können. Man muss nicht Gebühren verlangen und weiss ich nicht was, damit man möglichst reich wird und andere dann entsprechend bezahlen dafür, sondern man kann mit Ehrlichkeit eben für beide Seiten sehr viel bringen und sehr viel erreichen und das merkt man hier einfach bei Quantfueling. Ihr seht hier auch da oben, ich bin auch schon angefragt, oh, Moment, jetzt seht ihr auch endlich die Webseite, sorry, kleine Panne von meiner Seite her, eben hier das ehrliche Trading haben wir schon gehabt, hier oben seht ihr eben die Trading Power, also pro Tag, pro 7 Tage, pro 30 Tage. Ich wurde am Anfang vor allem auch darauf angesprochen, gesagt, ja komm, das ist doch einfach Fake, dieses ganze Volumen hier, das kann ja irgendwas sein. Ne, es ist definitiv kein Fake und es wird auch wahrscheinlich ziemlich steigen jetzt, wenn die ganzen Aktionen rauskommen, eben auch über YouTuber, die da helfen, da zu unterstützen, dass mehr Benutzer hier zu Quantfueling kommen. Quantfueling hat am Anfang bewusst darauf verzichtet, das bereits zu streuen, weil sie eben mit der Lizenz, mit der Broker Lizenz natürlich noch nicht so weit waren, weil sie auch nicht das System überlasten wollten. Sie haben ganz klar gesagt, hey, wenn wir jetzt hier einen Hype um das Ganze machen, weil wir keine Trading Gebühren verlangen und so weiter und wir dann auf einmal viel zu viele Nutzer hier bekommen, dann haben wir selber ein Problem, dass wir nicht mehr schnell genug sind, um unser System wirklich zu optimieren. Dafür brauchen wir Zeit und wir wollen hier nicht Systeme, das hat man auch am Anfang gesehen, am Anfang gab es immer wieder kleinere oder grössere Probleme mit der Plattform und das haben sich nach und nach ausgemessen, sie haben viel gelernt, dass die Plattform läuft jetzt wirklich gut und stabil und das war ihnen eben auch wichtig, dass man keinen Hype macht, dass man nicht irgendwie, ja einfach extrem viele Nutzer drauf bringt und dann läuft das Ganze nicht und dann sind natürlich die Leute verärgert, die wollen nie mehr was wissen von Quantführen. Das haben sie von Anfang an gesehen und jetzt sind sie so weit, dass sie sagen, hey, wir haben ein sehr gutes Produkt, funktioniert wunderbar, wir haben einen Token, der Dividenden ausschüttet an die Tokenhalter und die können da partizipieren, indem sie quasi investieren in den Token, haben sie auch was davon, jeden Monat bekommt man Rewards, also Dividenden, wie dem sagen und jetzt sind wir bereit, jetzt können wir starten, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, wir haben im Hintergrund viel gearbeitet, in ein paar Monaten wird die Desktop-Version kommen und 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 jetzt machen wir quasi die Schleusen aus, wir lassen die Leute das wissen, dass es das gibt und eben, wir machen auch ein Referral-Programm und zwar eines, was uns auch passt und was wir finden, ist jetzt nicht übertrieben und ja, alles so Dinge und das schätze ich wirklich an Quantfury, sie sind nicht die, die schnell reich werden wollen, sondern sie möchten Substanz, sie möchten ein Produkt aufbauen, was wirklich funktioniert, nachhaltig ist, was allen was bringt, ja, auch wenn ich mich hier wiederhole, ich denke, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe hier kurz wieder auf die englische Version der Webseite gewechselt, weil hier ist der QTF-Token drin, der müsste dann wahrscheinlich noch übersetzt werden, das ist noch nicht übersetzt, ich denke, ich bekomme dann da eine Anfrage, hier das zum QTF-Token, wie gesagt, das gab mal einen Sale, der war auch öffentlich, hat sich einfach kaum jemand dafür interessiert, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, waren es 110 oder 120 Investoren damals, ich war auch dabei, obwohl ich über Invictus, über den Hyperion-Fonds sowieso in Quantfury investiert bin, indirekt habe ich mir das Ganze angeschaut, ich habe mir das Team angeschaut und ich habe einfach für mich entschlossen, das ist vielversprechend, ich habe nicht gewusst, dass dieser Token irgendwann mal öffentlich wird und irgendwann öffentlich gehandelt wird, es war auch nie die Rede davon, im Gegenteil, wenn man da was gesagt hat, haben sie immer gesagt, nee, da machen wir nicht mit, was ihr macht ist euer Ding, aber wir wollen damit nichts zu tun haben, da sind sie wirklich eben rigoros gewesen, eben sie haben sich wirklich darauf vorbereitet, das hat man einfach gemerkt und ja, sie haben da auch nichts durchblicken lassen, dass es keine Gerüchte gibt und so weiter. Hier seht ihr aber schon ein paar Statistiken, ihr seht hier, ist ganz wichtig, wir haben 100 Millionen Token, mehr wird es nicht geben, das ist fix. Natürlich ist es ein Smart Contract und theoretisch kann man der oder diejenigen, die diesen Smart Contract entsprechend entwickelt haben, programmiert haben, können natürlich die Anzahl erhöhen, das muss man auch klar sagen. Momentan ist im Umlauf sind rund 10 Millionen, also 4,5 Millionen sind Token, die wirklich damals an die Investoren rausgingen, die haben die gekauft, ich war einer davon und die anderen, die blieben gelockt im Unternehmen in Treasury und das ist jetzt etwas, was natürlich Quantfury laufend freigeben kann, man kann jetzt sagen, ja das ist ja extrem, die haben ja über 90 oder die haben jetzt, ja wenn man so will, genau 90 Prozent haben die bei sich, die können die jederzeit dumpen, hat Quantfury aber bewiesen, dass es nicht notwendig ist, weil, wie ich anfangs gesagt habe, Quantfury macht gutes Geld, ohne einen einzigen Token je verkauft zu haben, also natürlich logischerweise initial damals die 4,5 Millionen, absolut, das ist klar, zu ungefähr 55 Cent, also es waren rund 2 irgendwas Millionen, die sie da eingenommen haben, aber ich denke mal, wenn ihr die ICOs ein bisschen verfolgt habt, dann ist 2,5 Millionen eigentlich nichts und wenn ihr sagt, was sie da alles auf die Beine gestellt haben, was noch kommt, ja dann definitiv und sie verdienen eben, wie gesagt, gutes Geld, ohne sie die Token anfassen müssen. Mit den Token werden sie noch einiges mehr vorhaben, es geht hier nicht nur um die Rewards, sie haben Liquidität zur Verfügung gestellt auf Uniswap. Wichtig zu wissen, wenn jetzt hier ein paar Millionen auf Uniswap reinkommen, wenn ihr einen Pool, wenn ihr einem Pool auf Uniswap Liquidität zur Verfügung stellt, müsst ihr immer zu beiden Teilen entsprechend Token zur Verfügung stellen, also ihr könnt damit nicht den Preis nach unten oder nach oben bringen, das ist nicht möglich, das geht nur, wenn jemand verkauft oder kauft, dann kann man den Preis entsprechend ändern. Ja und hier ist natürlich klar, wir müssen auf das Wort der Firma vertrauen, von Corn Fury, dass sie das so handhaben, dass sie nicht irgendwie was dumpen. Ich vertraue ihnen seit über zwei Jahren und ich bin überzeugt, das wird sich auch nicht ändern, aber einfach, dass der Transparenz halber gesagt ist, sie haben natürlich diese 90 Millionen bei sich, das muss man einfach auch klar sehen. Ihr wisst ja, etherscan.io könnt ihr genau sehen, also nicht wem, aber ihr könnt genau sehen, wo sind die Token, werden die bewegt, was passiert mit den Token, also wenn Corn Fury da irgendwie mal was machen würde und dann behauptet, ne wir haben da gar nichts gemacht, kann man das natürlich in der Blockchain, Ethereum Blockchain sehr gut nachvollziehen. Also hier, ja bringt das nichts, wenn sie so was machen. Dann haben wir hier ein bisschen, also vor allem unten rechts ist natürlich dann der Payout, also die Dividende, der Reward, der monatlich kommt pro 1000 QTF Token, die man besitzt. Wir sind hier schon bald bei 50 Dollar, also wenn man 1000 QTF besitzt, bekommt man jeden Monat, so jetzt Pi mal Daumen, irgendwas 47 Dollar gutgeschrieben und das jetzt eben schon eine ganze Zeit. Ihr habt hier gesehen, oder ihr seht hier vom August 2019 hier, waren wir bei 10 mal ein bisschen drunter und das schwankt natürlich immer so, kommt immer darauf an, wie viel Volumen, dass auf dem Broker, also der Corn Fury App eigentlich generiert werden und dass es jetzt alles aufgeht, mit mehr Marketing und so weiter, wird das natürlich sehr viel stärker wachsen. Wir haben dann natürlich entsprechend auch mehr Token draussen, wenn jetzt auf Uniswap diese gekauft werden, vorausgesetzt und dann kommen die Leute natürlich entsprechend wahrscheinlich etwa gleich viel, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem wie das Verhältnis von verkauften Quant Fury Token zu eben dem Volumen hier ist und wichtig ist auch die 90 Millionen, die bekommen keine Rewards, also Quant Fury selber hält eben diese Token im Treasury, da werden aber die Rewards nicht ausgeschüttet, sondern nur an die Tokenhalter, die nichts mit Quant Fury direkt zu tun haben, die privat oder können Firmen sein, Token halten, die bekommen Rewards ausgeschüttet. Das ist wichtig, dass man das weiss. Wenn ihr wissen wollt, was mit dem Quant Fury Token passiert, wie viele Tokenhalter, dass es da gibt und so weiter, das könnt ihr dann hier bei etherscan.io einfach QTF eingeben, geht ihr hier auf den Link, dann seht ihr Max Total Supply 100 Millionen QTF, es gibt momentan 277 Halter, das ist jetzt eben einiges gestiegen, nachdem entsprechend, dass auf Uniswap die Liquidität zur Verfügung gestellt worden ist von Quant Fury. Vorhin waren es eben irgendwas 120 oder so und hier hat dann seht ihr natürlich alle Transfers, meistens natürlich jetzt alles über Uniswap. Ihr wisst momentan, die Gebühren von Ethereum sind extrem hoch, also wenn ihr dafür 100 Dollar oder 200 Dollar Quant Fury Token handeln möchtet, ob verkaufen oder kaufen spielt keine Rolle, das ist zu USDT momentan, also die direkte Verbindung, ihr könnt auch indirekte Verbindungen machen von Ethereum direkt dann zu Quant Fury Umweg über USDT. Die Gebühren sind viel zu hoch momentan, das ist ganz klar. Also Ethereum ist wahrscheinlich nicht gerade eine glückliche Plattform im Moment, aber wir hoffen ja alles, dass das besser wird. Ja, werden wir sehen. Einfach, dass es klar ist, kleine Mengen macht keinen Sinn, weil ihr bezahlt viel zu hohe Gebühren. Außer ihr sagt natürlich, ja gut, das wird X, Faktor X machen, dieser Token, ist mir eigentlich egal, ich gewinne sowieso. Können wir aber nicht wissen, das ist reine Spekulation, ganz wichtig. Die Zahlen, Fakten für, also Fakten kann man nicht sagen, aber die Zahlen, die Aussichten sprechen natürlich dafür, das sagt Quant Fury auch selber. Natürlich sagt das Quant Fury, ist auch hier Token, aber wie gesagt, wenn man sie kennt, die sagen das nicht einfach nur so, weil sie kennen den Wert der Firma. Dann haben wir hier eben die Halter, könnt ihr genau sehen, wer hat wie viel. Hier seht ihr diese 90 Millionen, das ist diese Adresse, die die Treasury von Quant Fury ist, von der sie natürlich dann entsprechend Rewards ausgeben können, je nachdem. Sie können irgendwelche anderen Belohnungen geben in der App und so weiter. Da haben sie viele Möglichkeiten. Genau, einfach das immer im Hinterkopf behalten. Dann sieht man hier eben, wer was macht, wer was hält, also welche Adresse was hält, momentan noch ziemlich neu, weil eben alles noch gar nicht richtig offiziell announced ist und so weiter. In der Telegram-Gruppe wird das alles schon besprochen und in der Quant Fury-Token-Halter-Gruppe ist das auch alles besprochen worden. Und ja, aber ganz, ganz offiziell wird es dann erst langsam kommen mit dem nächsten App-Update, wird das Reval-Programm reinkommen, werdet ihr dann alles eben sehen. Dann schauen wir uns kurz diesen Token auf Uniswap an. Ganz wichtig, für Uniswap generell hat nichts mit Quant Fury direkt zu tun. Ihr seht hier diesen Token Safety Alert. Quant Fury-Token ist ganz neu jetzt hier auf Uniswap. Uniswap warnt immer davor, weil es gibt viele Nachahmer, die vor allem auch bekannte Token, die viel gehandelt werden, imitieren und dann einen quasi Trading-Paar dafür zur Verfügung stellen, Liquidität dafür zur Verfügung stellen und dann euch so reinlocken und euch eigentlich anziehen, damit ihr dort so Fake-Token kauft. Das ist wichtig, dass ihr das entsprechend hier auch beachtet. Und deshalb, wenn ihr sowas macht, schaut, dass ihr einen offiziellen Link habt, schaut, dass ihr selber bei etherscan.com die Smart-Kontrakt-Adresse kopiert und hier bei Uniswap einfügt, dann seid ihr sicher, dass es korrekt ist. Sehen wir hier im Moment, dass es die Liquidität zur Verfügung stellt, knapp 2 Millionen, nicht ganz in Dollar gerechnet. Wir haben ein Handelsvolumen von 24 Stunden von knapp 242.000. Ist alles noch sehr klein, ist eben, wie gesagt, nur in der Gruppe Telegram, also da ist noch gar nichts Grosses an die Glocke gehängt worden. Ist auch bewusst so gewählt. Hier seht ihr die ganzen Transaktionen. Wer eben mit US-Dollar, also USD, T-Coin, Führig kauft, andere verkaufen natürlich. Das hält sich dann ein bisschen die Waage. Wie gesagt, der erste Preis beim ICO war 0,55. Also 0,55 Cent. Momentan sind ja da 13,50. Und laut Quantfury und meinen Spekulationen ist das noch extrem niedrig. Aber bitte seid immer vorsichtig. Ich will da keinen Hype anstoßen. Das ist einfach, was Sie sehen, das Potenzial, wie viele User, das Sie heute haben, den Umsatz, den Sie machen, was wir auf der Webseite auch sehen und wie viel da eigentlich Token haben momentan. Und davon ausgehend, dass Quantfury nicht hergeht und die 90 Millionen irgendwie dumpt, wovon ich eben, wie gesagt, überzeugt bin. Aber das heisst nicht, weil ich überzeugt bin, dass das genau so eintreten wird. Einfach, dass das, das ist einfach wichtig. Einfach anhand von diesen Daten, die ich zur Verfügung habe und die zweieinhalb Jahre oder ja fast zweieinhalb Jahre, die ich jetzt mit Quantfury zu tun habe, sagen wir, dass das sehr unterbewertet ist. Trotzdem, auch wenn das natürlich ein riesen Anstieg ist, aber nur ganz wenige Halter und eben ein richtiger Utility-Token, der wirklich auch einen Mehrwert bringt. Wenn ihr Quantfury-Token besitzt, habt ihr eben, wie gesagt, jeden Monat, am Ende jedes Monats oder am ersten eines neuen Monats, habt ihr Anspruch auf Dividenden, auf Rewards. Ihr seid beteiligt am Spread-Revenue, also an den Einnahmen durch den Spread. Der Spread, der ist der Standard, das gibt, das ist unmöglich, Handel zu betreiben oder anzubieten ohne einen Spread. Und davon verdient natürlich auch Quantfury. Das geben sie aber eben an die Tokenhalter weiter. Ideen mir auf ihrem Portal. Dann entsprechend eure QDT, Ethereum, US-Dollar wird dann jetzt ein bisschen umgestellt. Eben, zeige euch dann noch, sobald es soweit ist, wie das funktioniert. Eben entsprechend eure Rewards abholen könnt. Ich mache dazu ein separates Video, sobald der Monat rum ist, die neue Plattform steht und ich das aktuell zeigen kann, wie es dann auch ist. Ich zeige euch, wie ihr das mit Metamask macht, wie ihr das mit dem Ledger macht, wie ihr dort von eurem Konto, wo die QTF draufliegen, entsprechend die Rewards claimen könnt. Dass ihr das auch alles an seine Richtigkeit habt und dass ihr genau seht, wie das hier funktioniert. Das werde ich euch dann alles zeigen in einem separaten Video. Auf dem Discord-Server von TOBG, Link findet ihr in der Videobeschreibung, auch zur Telegram-Gruppe von TOBG, findet ihr eine Diskussionsgruppe, wo es um Quantfury geht. Wenn euch das Thema interessiert, wenn euch das mit dem Token interessiert oder wenn euch das Trading generell interessiert auf Quantfury, dann könnt ihr dort gerne hinzukommen und dann können wir über diese Themen diskutieren. Quantfury hat auch eine öffentliche Telegram-Gruppe auf Deutsch und auf Englisch. Wie gesagt, sie sind sehr restriktiv, was man dort fragen kann und darf und reinstellen soll. So und zwar, es darf keine Preisspekulationen geben, es wird nicht über den QTF-Token gesprochen, soll kein Hype entstehen, sondern einfach wirklich allgemeine Fragen zur Quantfury-App, zur Quantfury selber. Und da sind sie sehr restriktiv. Also wenn ihr ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen offener diskutieren möchtet, dann kommt doch in die Community von TOBG. Am besten eben auf Discord Quantfury-Gruppe, dort könnt ihr dann diese Fragen alle stellen. Wir sind da sehr, sehr offen. Also bei uns gibt es keine Restriktionen eigentlich. Die App, was ihr hier seht, die hat mittlerweile, ich habe mir sagen lassen, sogar ein paar hunderttausend Kunden. Sie gehen davon aus, dass wenn sie es eben aufmachen, das öffentlicher machen, das Ganze, dass dann 1 bis 1,5 Millionen User dazu kommen werden. Das heisst natürlich hierfür das Volumen, das geht entsprechend nach oben, das muss eigentlich entsprechend nach oben gehen. Ich denke, da werden auch viele reinkommen, weil wie gesagt, ihr bezahlt absolut keine Gebühren. Könnt ein Trade 365 Tage offen lassen, ohne irgendeinen Cent Gebühren zu bezahlen. Das gibt es eigentlich sonst fast gar nicht, nur bei wenigen. Und ja, ich denke, nee, ich lese gerade, sorry, ich bin falsch, 1 bis 5 Millionen, ja, ich habe gedacht, 1 bis 1,5 Millionen. Ja, gerade wenn sie, ich gehe jetzt davon aus, das ist jetzt eine Spekulation meinerseits. Keine Ahnung, ob das so ist, aber ich kann mir gut vorstellen, bei dieser Menge müsste eigentlich der amerikanische Markt dabei sein. Weil das sind ja, das ist ja eine Trader-Nation dort drüben bei den US-Amerikanern. Und ich gehe davon aus, wenn man solche Zahlen nennt, woher die auch immer kommen, wie gesagt, Spekulation, ich werde das definitiv dann noch sprechen, klären. Ich habe aber einfach mich dazu entschlossen, ein bisschen spekulieren zu dürfen in diesem Video. Und ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich sogar der amerikanische Markt eher ein bisschen besonders ist, was Regulation und so weiter anbelangt, dass so etwas irgendwie kommen dürfte. Wie gesagt, beim Referral-Programm, beim Freunde werben Freunde, könnt ihr Aktien oder Krypto im Wert von 15 bis 250 Dollar bekommen. Beide Seiten, also der wirbt und der geworbene, können beide was bekommen davon. Dann wird es noch einen Broker-Vergleich geben zwischen Robinhood, dort zahlt man ja auch keine Gebühren, war ja auch in den Schlagzeilen letzter Zeit. Und eben Quantfury wird es was geben. Ja, okay, man kann spekulieren, wer dort als Gewinner hervorgeht. Review, ich weiss nicht, was ich davon halten soll, ist immer ein bisschen schwierig. Ja, ist ja egal eigentlich. Ich meine, ich kenne jetzt Quantfury, Robinhood leider nicht so gut, nur vom Hörensagen, weil ich bin kein amerikanischer Bürger, ich darf eigentlich Robinhood gar nicht verwenden. Deshalb weiss ich auch nicht, wie das funktioniert, kann dazu nichts sagen. Aber Quantfury selber sagt, die Jungs von Robinhood sind echt gut, es sind fitte Leute, sie machen einen tollen Job. Und eigentlich ist das auch ein Vorbild von Quantfury. Und über andere Exchanges, gerade im Kryptospace, sprechen sie eigentlich nicht so wahnsinnig gut, weil sie eben finden, die meisten zocken ihre Kunden ab. Und aber eben, wichtig ist, sie vergleichen sich zwar mit Robinhood, aber auch deswegen, weil sie eine sehr grosse Meinung von Robinhood haben. Ist nicht so, dass man hier hinsteht und sagt, wir sind viel besser als die, wie auch immer, sondern sie sagen, wir haben Respekt vor denen, die haben einen super Job. Wir möchten uns gerne mit ihnen messen, weil wir finden, das ist was, wo man sich dran messen sollte. Dann wird QTF, der Token, wird auch auf grösseren Börsen gelistet werden. Sie sind da nicht wahnsinnig aktiv dran, aber es soll eine grössere werden. Man munkelt hier HitBTC, ich weiss ShitBTC, haben wir immer wieder darüber gesprochen, die haben recht hohe Gebühren. Man muss aber dazu sagen, HitBTC ist einer der ältesten, schon lange dabei und funktioniert bis heute. Also ich habe das auch schon ein paar Mal verwendet, passt einfach auf mit den Gebühren, gerade Auszahlungsgebühren und so. Man muss dort immer ein bisschen schauen, für Kleinstbeträge ist HitBTC nicht geeignet. Aber sonst, ich habe da noch nie Probleme gehabt, ich habe da natürlich KYC und alles sauber durchgemacht. Und ja, genau, das ist einfach so. Und man munkelt, reine Spekulation, vielleicht Binance, weil ja der Datenfeed von den Krypto, von den Krypto, von den Krypto Preisen, die man in Quantfury sieht, die sind ja 1 zu 1 von Binance. Man munkelt, dass vielleicht Quantfury, der Token, auch da gelistet wird. Reine Spekulation, keine Ahnung. Also FTX ist noch gefallen, könnt ihr mal googeln, ist eine ziemlich grosse Sache in den USA, die FTX Broker. Also ja, weiss ich aber nicht, auch reine Spekulation. Dann eben soll ab nächster Woche ungefähr der Fiat Gateway kommen, auscashen auf eure eigene Kreditkarte, Debitkarte und so weiter. Das sollte dann eben alles so passen und Desktop-Version, irgendein paar Monaten oder so. Eben mal was anderes, nicht ein 0815 Exchange oder Broker, wie man es kennt, sondern ich bin dann gespannt. Sie sagen, sie haben da eigene Ideen, sie wollen das anders machen als der Standard. Ja, sind wir gespannt. Ja, das war es dann eigentlich auch zu mir, zu den News von Quantfury. Wurde ein bisschen ein längeres Video, ist jetzt aber auf viel gegangen. Für mich einiges dabei, was überraschend ist, was sie immer gesagt haben. Nee, wir wollen nicht wie alle anderen sein. Das sind sie auch nicht, abgesehen davon. Wir wollen nicht irgendwie Referrals haben und so weiter. Und ja, jetzt ist es da. Ich finde es eine gute Sache, weil das, ja, schlussendlich musst du was bieten, irgendeinen Anreiz, damit jemand zu dir kommt, mindestens mal ein Schnupper-Abo macht und mal schaut. Ja, ist das was für mich? Passt das? Kann ich damit was anfangen? Und ja, ich denke, es ist wirklich, ja, eine gute Sache. Und ja, eben, deshalb Quantfury, sie behalten vieles unter Deckel. Sie wollen nicht Hype generieren und jetzt sind sie bereit, wenn es Hype geben würde. Keine Ahnung, ob das so sein wird. Ich gehe mal davon aus, irgendwie in irgendeiner Form. Passt natürlich auch vom Zeitpunkt her momentan. Ob wir mal Holz berühren, dass nicht irgendwann alles crasht, morgen oder Montag oder wie auch immer. Ja, aber ich meine, für sie ist das nicht so ein Problem. Das ist ja nicht ein Token, der im Prinzip dem Markt unterworfen ist, sondern ihr habt ja, egal wie der Markt läuft, ob der nach oben oder nach unten geht, Quantfury ist eine Brokerage-Plattform, sprich, die verdienen so oder so am Spread, ob man jetzt short oder lang geht, ob der Markt rauf oder runter geht. Natürlich, wenn der Hype grösser ist, kommen mehr Leute, haben sie mehr Volumen. Absolut, aber der QTF-Token, der gibt immer Rewards, weil es gehandelt wird immer, also man hat immer was davon. Und da ist einfach wichtig, dass man einen richtigen Utility hat und nicht irgendwie so ein spekulatives Objekt, ein spekulatives Asset, wie das die meisten anderen eben haben. Mit dem, ich hoffe, die Informationen waren informativ. Ihr lasst mir einen Daumen hoch da oder Daumen runter gehen natürlich immer auch. Ist wichtig für den YouTube-Algorithmus, dass man auch dieses Video findet. In der Community von TOBG auf Telegram und Discord könnt ihr über alle diese Themen und natürlich weitere Themen rund um Krypto und Investments diskutieren. Die Links dazu findet ihr alle in der Videobeschreibung. Bitte stellt keine technischen oder sonst Fragen zu Produkten und so weiter in den YouTube-Kommentaren, weil das ist einfach nicht die richtige Plattform. Es ist auch vom Handling her nicht wirklich optimal. Deshalb die Community ist viel, viel besser. Da habt ihr auch mehr Leute, die euch dann antworten. Auf YouTube kann nur ich euch direkt antworten. Also natürlich nicht nur ich, können die anderen auch antworten, aber ist einfach dann besser gegliedert und entsprechend haben wir, wie gesagt, auf Discord eine entsprechende Gruppe, können wir diskutieren. Ja, dann Thema gilt in diesen Zeiten, bleibt gesund, schaut zu euch, schaut, dass ihr möglichst fit bleibt. Ich denke, das ist ganz wichtig, gerade wenn wir nicht so viel bewegen können, können wir natürlich schon, aber ihr wisst, was ich meine, ohne jetzt da groß zu schwafeln, was ich auch schon wieder mache. Ja, dann wünsche ich euch was, macht es gut, wir lesen, hören, schreiben und bis dann und tschüss.